Am 21. März 2019 lud die Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte zur ersten Unternehmensmesse MSE in das Neubrandenburger HKB ein. Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen hatten hier Gelegenheit, sich und ihr Leistungsangebot vorzustellen. Auch das Neubrandenburger Unternehmen Comning Rechtsanwälte nutzte diese Möglichkeit. Auf der heutigen ersten Unternehmermesse in der Mecklenburgischen Seenplatte nehmen wir als wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei gerne teil. In den Gesprächen mit den Unternehmern an unserem Messestand haben wir dargestellt, dass fortwährende und dauerhafte anwaltliche Rechtsberatung für einen Unternehmenserfolg nicht nur ratsam, sondern auch notwendig ist. Viele waren überrascht, welche Fallstricke und Haftungsfragen bei Gründung, in der Konsolidierungs- und Etablierungsphase oder in den Unternehmenskrisen bestehen. Hier stehen wir als Wirtschaftsanwälte gern zur Verfügung. Sowohl Tarifrecht als auch Individualarbeitsrecht und Kollektivarbeitsrecht spielen gerade bei Unternehmen und Selbstständigen eine ganz wesentliche Rolle. Diese Rechtsgebiete befinden sich im ständigen Wandel durch Gesetzgebung und Rechtsprechung. Ohne eine dauerhafte Rechtsberatung im Arbeitsrecht kann es zu nicht unerheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen bis hin zur Existenzbedrohung von Unternehmen kommen. Mit ihrer Erfahrung im Arbeitsrecht kann die Kanzlei Comning Rechtsanwälte, Unternehmen und Selbstständige davor bewahren und frühzeitig an der vorausschauenden Strategie zugunsten des Unternehmens mitarbeiten. Es reicht jedoch nicht, sein Augenmerk nur auf das Arbeitsrecht zu legen. Regelungen des Erb- und Familienrechts sind nur auf den ersten Blick keine primären Interessen von Unternehmern. Aber es ist gerade für Inhaber und Gesellschafter kleiner und mittlerer Unternehmen wichtig, auch hierauf einen Fokus zu haben. Denn im Fall eines plötzlich eintretenden Ablebens oder auch im Falle familiärer Streitigkeiten, die gerade bei engagierten Unternehmern durchschnittlich wahrscheinlicher ist, entstehen erhebliche Probleme, auch für das Unternehmen selbst. Deshalb ist Vorsorge gerade für Unternehmer wichtig. Wir helfen Ihnen dabei, Vorsorgebedarf zu erkennen und interessengerecht für das Unternehmen, den Mitgesellschaftern, den Unternehmer selbst und seiner Familie zu regeln. Auch auf der Unternehmensmesse MSE zeigte die Kanzlei Comning Rechtsanwälte, dass sie ihren Klienten in allen Lebenslagen zur Seite steht.